Was er nachher zeigt. Und damals, da müssen wir dann auch filmen. Ja. Und einer muss hierbleiben und macht hier weiter. Ja. Und ähm... Und dann ist es hier ein Winkrum. Dann ist es so... Was mit Akkus? HBG Akku? Ich habe einen Akku in dem Arsch. Ja. Ja. Oh, die ist... Es hat abgebremst. Ja? Ja, Mann. Und es reitet weiter raus. Okay, Zeit verlieren. Ey, Jungs! Hä? Das war wieder gewackelt. Ich muss machen. Das wackelt jetzt nicht mehr. Wir müssen gucken, wie werden wir überlegen, wie man sich das Stativ befestigen kann. Ich weiß schon, wie. Vielleicht festtape? Tausendmal gemacht. Nein, nein, nein. Einfach Spacks dazwischen reinballern. Das ist Spacks. Schrauben. Schrauben. Wollen wir die Schrauben reinballern? Ja, klar, Mann. Das... Ähm... Das ist Plastik. Ähm... Das Stativ bleibt hier drei Wochen lang stehen. Ja, also... Wie es jetzt ist, oder? Ja, klar. Wir schrauben den Kopf abends ab und gut ist. Das Stativ bleibt fest. Das schraubt keiner raus. Das war es schon wieder. Hier ist ja Nacht, das ist der Security. Und das auch. Okay, schönes Pferd. Next to guy, representing Germany, Martina...